Okay, okay, ich hab's gleich, ich hab's gleich, oh nein, 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 au, scheiße! Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay und ich kann sagen, es ist endlich soweit, Leute, wir können uns wirklich auf ein Hoverboard stellen. Das zwar nur in VR, aber trotzdem cool. Wer wollte das nicht schon immer mal erleben, sei es Zug in die Zukunft, wo Marty McFly sich von einem kleinen Mädchen ein Hoverboard ausleiht, um sich aus einer brenzligen Situation zu befreien und ich glaube, jeder, der den Film gesehen hat, ja, wollte das wirklich mal erleben. Wer den Film noch nicht gesehen hat, Leute, Pflichtprogramm, sofort irgendwo sich ausleihen, kaufen, sonst was, zurück in die Zukunft, alle drei Teile. Also absolutes Pflichtprogramm, auch heute noch. Aber kommen wir zum wichtigen Teil, zu Hoverboard und schauen wir uns die Steam-Seite mal an. Können wir uns auch mal das Video vom Entwickler anschauen. Der Entwickler ist Tommy Horst, ist ein deutscher Entwickler und das ist sein erstes VR-Spiel oder überhaupt sein erstes Spiel, was er entwickelt. Und ja, ich finde, er hat seinen Job echt gut gemacht. Natürlich gibt es immer mal wieder so hier und da Sachen, wo man sagt, ja, das könnte noch rein, das könnte noch rein. Aber gut, was da noch eventuell noch reinkommt, müssen wir mal abwarten. Ich wünsche mir für das Game definitiv einen Koop-Modus. Also das wirklich mal mit, ja, sag ich mal, bis zu vier Leuten irgendwie zu erleben, ist mit Sicherheit auch ganz cool. Da schauen wir uns mal kurz hier noch ein bisschen ein paar Bilder an. Also wir haben so einen Hoverpark und der ist aufgeteilt, ich glaube, in vier Zonen. Einmal haben wir wirklich so einen Skatepark. Dann haben wir einmal, ja, so eine kleine ehemalige Stadt, sag ich mal. Dann haben wir so Steine, sieht so ein bisschen Alien-mäßig aus, wie das da so angeordnet ist. Und dann haben wir nochmal so eine größere Stadt, wo umgekippte Häuser sind und so weiter. Also echt cool gemacht. Grafisch finde ich es auch vollkommen in Ordnung und es lief bei mir auf höchste Einstellung auch Butterbeich. Ich hatte jetzt einen kleinen Absturz, aber gut, kann ich verschmerzen, besonders wenn ich Aufnahmen mache. So. Ja, wird in fünf Stunden freigeschaltet. Ich hoffe mal, ich schaffe es pünktlich zur Freischaltung, dass das Video hier erscheint. Und ist für die Wolf Index und die HTC Vive momentan supported. Was jetzt mit der Rift S ist, weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt auch gar nicht ausprobiert. Muss ich ehrlich sagen. Genau, wir können, ja, einmal können wir einfach nur ein bisschen cruisen. Wir können irgendwelche Challenges absolvieren. Wir können Boards freischalten. Also ich habe jetzt zwei Boards freigeschaltet. Und die haben immer andere, ja, Fähigkeiten, sage ich mal, Attribute. Und wir können auch fliegen mit dem Board. Das können wir in der Mitte auseinander machen und können dann wirklich fliegen. Auch irgendwie cool. Dann kann man die Map von oben mal genießen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, hier sind wir bei Hoverboard. Und ja, wir sind mitten im Hoverpark. Es gibt auch noch ein Tutorial. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie so ein Holoraum, sage ich mal. Aber mit Gängen, wo man links und rechts fahren muss und so weiter. Da werden die einen die Basics erklärt. Das erkläre ich euch aber jetzt hier ganz kurz. Dann haben wir noch die Grafikeinstellungen. Fast ist halt das geringste. Und dann wird es halt immer schöner. Natürlich auch aufwendiger für die Grafikkarte. Wir können drei Boards freischalten. Momentan sehen die noch nicht unterschiedlich aus. Da möchte der Entwickler eventuell noch was nachreichen. Aber sie haben ganz andere Fähigkeiten. Schnelligkeit und wie man die lenken kann und so weiter. Ist halt unterschiedlich bei allen drei Boards. Und ja, wenn man hier sieht, Ride like a pro und dann Are you insane? Also Are you insane wird wahrscheinlich so schnell sein, dass man da kaum noch irgendwas handeln kann. Also besonders nicht als Anfänger. Wir beginnen jetzt erstmal mit Board 1. Und danach schalte ich dann irgendwann mal um auf Board 2 und schauen wir uns mal an, wie das sich unterscheidet. Ja, ich würde sagen, legen wir mal los. Ja, zu den Basics. Ich kann mit den Controllern das Board hochziehen. Wenn ich das hier hochziehe, geht es da hoch. Ich kann es in der Luft auch mit der Grip-Taste reißen. Und man kann, wenn man fliegt, mit beiden Grip-Tasten dann wirklich das Board in der Mitte überbrechen, so nach dem Motto. Und hat dann zwei Flügel und kann dann ein bisschen weiter schweben. Man hat dann auch noch die Möglichkeit zu schießen. Das zeige ich euch dann gleich auch nochmal. Zum Antrieb ist eigentlich ganz einfach, ich kann jetzt hier den Trigger drücken und fahre immer in die entgegensetzte Richtung. Das heißt, wenn ich hier den Trigger drücke, fahre ich in diese Richtung. Und andersrum, wenn ich hier jetzt den Trigger drücke, fahre ich in diese Richtung. Also eigentlich ganz einfach, ungefähr wie beim Boot zu sehen, wenn man so einen Außenbordmotor hat. Außer man hat den Rückwärtsgang aktiv. Ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Hier gibt es immer so ein paar Parcoursäulen. Man hat aber auch die Möglichkeit, einfach Freestyle hier was zu machen. Man muss nicht alles mit diesen Parcours-Dingern machen. Natürlich, um Bretter freizuschalten, muss man das natürlich. Oder sollte man das machen. Schauen wir mal. Mach mal die noch hier mit. Okay. Man muss sich halt öfters mal drehen. Kann für Kabelsalat sorgen. So einfach mal Brett drehen ist immer so ein relativ einfacher Stunt, sag ich mal. Oh. Aber wir haben ja noch Zeit. Na komm. Fennig. Das leiten wir jetzt mal so rein. Oh Gott. Ne, das leiten wir nicht so rein. Komm, gib Gas. So, ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal diese Boost-Funktion, die wir jetzt hier haben. Wie ihr seht auf dem Brett, haben wir einen blauen Balken. Und ja, dann haben wir Boost. Man kann aber auch Boost aufladen durch diese Kugeln hier. Und jetzt drücke ich die mal mit der Gripp-Taste. Hat man den Boost. Und da merkt man schon, geht schon ganz gut ab. Ein Boost ist ganz gut, wenn man bremsen muss oder wenn man Berge hoch möchte. Oh Gott. Ja, da waren wir zu schnell. Ruhig, brauner. Okay, fangen wir mal da lang einfach. Ich muss noch ganz kurz gucken, wo ich hier im Raum bin. Nachher werde ich wahrscheinlich wieder das Kabel entknoten müssen. Also von der Welt hier, also mir gefällt es ganz gut. Natürlich ist es hier relativ leer, also man sieht keinen anderen Skater oder so. Oder Hoverboarder. Da wäre natürlich cool, wenn man hier einen Koop-Modus hätte. Einen Multiplayer-Modus. Oh, okay. So, jetzt probieren wir mal hier hochzukommen. Yes. Ah, nein, 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 nein. Okay, ich würde sagen, wir schalten jetzt einfach mal auf Board 2. Ride like a pro. Ich habe das Gefühl, dass das einfach ein stärkerer Motor ist jetzt auf jeden Fall. Ist schneller? Gar keine Frage. Das sieht auch so cool aus hier. Ja, es ist eine gute Ecke schneller. Das probiere ich mal. Ja, das war der Modus, den ich eben euch erklärt habe. Also wenn man wirklich in der Luft schwebt, kann man das Brett teilen. Und dann auch schießen. Warum das Schießen ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, warum man das machen kann. Oder ob man das machen muss. So, und jetzt kommen wir hier zum Skatepark. Ja, wir drehen das Brett. Das Brett macht echt mehr Spaß, weil es einfach ein bisschen schneller ist. Und ich bin teilweise bei manchen Spielen echt Motion Sickness anfällig. Aber hier überhaupt nicht. Also das wundert mich echt. Bei diesem Downstream Kajaking, da wurde mir so schlecht. Ich bin gerade nicht mehr auf meinem Board. Ich muss jetzt nochmal kurz mich umdrehen. Machen wir nochmal einen kleinen Reset. Ach, jetzt hat er mich bis zum Anfang geschmissen. Egal. Da sind wir schnell wieder am Park. Wow, man kann hier wirklich richtig... Das ist cool. Und das ist nicht mehr cool. Kann man auch flattern? Nee, okay. Okay, probieren wir mal zum Park zu kommen. Der war da. Okay. 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 Okay, warum ich jetzt da gestoppt bin? Keine Ahnung. War auf jeden Fall so eine Steinplatte. Kann sein, dass die das Schuld war. So, wir haben hier auf jeden Fall verschiedene Welten. Aber jetzt checken wir erst nochmal kurz den Skatepark. Da hinten ist auch noch eine größere Halfpipe. Okay, Parkour wollte ich jetzt nicht machen. Hier kann man schön drüber sliden. Wenn man es kann. Ich war aber auch gerade ein bisschen zu schnell. Ah, okay. Also Steine kann man auf jeden Fall wegschießen. Diese blauen. Können sein, dass man dafür auch Punkte kriegt. So, jetzt probieren wir mal hier. Wow. Okay, das ist hoch. Das ist hoch. Aber funktioniert ganz gut. Da hinten ist auch noch was. Aber es gibt hier viel zu entdecken auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich auf diese Schiene hier. Sliden. Ja. Oh, die Röhre nehmen wir auch mal mit. Boost. Wow, was ist denn da unten noch? Komm, das checken wir mal ab. Okay. Aber cool mit den Gebäuden hier. Ah, das sind Boost-Steine. Okay. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also das gefällt mir mit den ungekippten Häusern hier. Könnte natürlich ein bisschen größere Stadt sein. Aber... So, jetzt probieren wir mal hier so lang zu sliden, wollte ich gerade sagen. Probieren wir nochmal. Den haben wir mitgenommen. Das ist noch eine Schanze. Okay, hier sind wir wieder am Anfang. Fahren wir nochmal zurück. Ja, Koop-Modus wäre hier echt genial. Also... So, da ist noch ein umgekipptes Haus. Da könnten wir auch noch hochsliden. Probieren wir das mal. Wenn ich denn... Das Ding erwische. Okay, ich kann nicht schießen. Ich glaube, zum Schießen braucht man wirklich ein bisschen Boost. Da ist auch noch... Da ist auch was zum Sliden. Nehmen wir den mit. Nein, nehmen wir nicht mit. Oh Gott, ich bin zu schlecht darin. Kann man in der Röhre... ... einmal rum... ...sliden? Ja, nicht ganz. Kann man bestimmt, aber... ...nicht Tupac. Yes. Ah. Okay, ich schwebe wieder. Das mit dem Schweben ist echt cool. Kann ich da auch irgendwas machen? Hier bin ich am Zeichen hingeblieben. Ja, ich weiß, man muss natürlich... ...eigentlich mehrere Tricks machen. Aber ich bin nur so ein bisschen... ...in der Findungsphase. Auf jeden Fall gefällt mir... ...das Board 2 besser als das 1er. Jetzt probieren wir nochmal... Ne, da komme ich nicht hoch. Fangen wir mal hier hoch... ... und dann gucken wir mal, was dahinter ist. Ja, da oben habt ihr vielleicht gesehen... ...da werden die Wings erklärt. Zeige ich das auch nochmal ganz kurz. Wings. Und hier sehen wir die ganze Karte. Das ist natürlich alles Mapende da hinten. Aber trotzdem ist schon... ...ist schon groß genug. Und dazu... ...findet man halt immer wieder... ...Erklärungen. Oh Gott. Teilweise, wenn man wirklich gut Stoff drauf hat... ...sind die unkontrollierbar, die Dinger. So. Und hier wird es erklärt... ...hold both grip buttons... ...to transform into wings. Then press trigger to shoot. Aber hätte natürlich auch nochmal... ...erklärt werden müssen... ...oder sollen... ...worauf man schießen kann... ...oder sollte. Und das sind ja die Steine. ...so. Ob man da oben auch drauf kommt? Könnte man nochmal schauen. ...wohnen. Ah. Okay. Wir probieren mal hier drauf hoch zu kommen. Jawohl. Okay. Okay. Da will ich jetzt mal versuchen hoch zu kommen. Da haben wir den höchsten Punkt der Karte. Okay. Wird schwer. Aber wir geben nicht auf. Da kommen wir nochmal hoch. Ah. Hier ist noch ein Weg. Aber dieser Weg wird kein leichter sein. Spawnpoint. Da ist auch nochmal eine Erklärung. Spawnpoint. Ah. Man kann sich Spawnpoint setzen. Ah. Okay. Auf den Buttons kann man sich Spawnpoint setzen. Das ist gut. Boah. Okay. Hier sehen wir diese Kleinkampunhäuser. Da hinten die großen. Das ist einfach so ein bisschen, ja, Altgebiet. Da ist die Skate-Arena. Da haben wir das mit den Steinen. Das können wir eigentlich auch nochmal probieren. Jetzt ist es wieder schwer zu bremsen. Aber wir legen einfach einmal. Ich will eigentlich gar nicht schießen. Er schießt doch gar nicht. So, nochmal hoch. Genau, da sind die Steine. So. Jetzt müssen wir da irgendwie nochmal hochkommen. Das ist aber kein Problem für uns. Okay. Kleiner Absturz. Ich habe natürlich auch zwei Videobilder auf. Ich habe alles auf höchste Einstellung. Ich nehme ein Video auf. Also es kann daran liegen, dass ich jetzt hier einen Absturz hatte. Irgendwann sagt mir meine Grafikkarte auch mal. Hör mal. Reicht jetzt, Junge. So, fangen wir hier nochmal hoch. Packen den Wing-Modus nochmal aus. Ich will jetzt noch einmal zu den Steinen. Ah, hier kommen wir auch mal. Ja, da sind doch die. Genau. Dahin müssen wir. Dann können wir nämlich da hinten hinfliegen. Äh, hinfahren. Sieg. Sieg machen wir mal. Ich weiß nicht, was Sieg ist. Okay, dann wird uns wahrscheinlich keine Richtung angezeigt. Man muss einfach die ganze Zeit irgendwelche Säulen dann selber finden. Da hinten. Jetzt müssen wir irgendwie noch in der Luft einen kleinen Antrieb haben. Haben wir aber nicht. Ah, Mist. Ah, Mist. Die Bäume sind nicht so gut. Da macht es schon Spaß hier rum zu cruisen. Aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Aber egal wie schnell man fährt, also mir wird nicht schlecht. Also, das ist auf jeden Fall sehr gut. So, fahren wir jetzt nochmal zu den Steinen. Ob ich dann nochmal hier punkten kann. Oh, nein. Oh, nein. Der Trickser bin ich jetzt nicht. Der Trickser vom Herrn. Aber Hauptsache, macht ein bisschen Spaß. Man müsste echt ein Reset View haben, weil mein Bot ist manchmal so ein bisschen daneben. Ich wollte eigentlich auf die Half-Pipe nochmal meine Skills testen. So, da sind wir doch. Und runter. Juhu. Das machen wir jetzt ohne Ende Tricks. Also, Tricks machen ist echt irgendwie nicht einfach. Ich will wieder auf die Pipe drauf. Also, wie ihr seht, Tricks kann ich nicht. Da könnte man eigentlich nochmal probieren, Hochzug kommen. Ah, bessere Bremsen wären echt nicht schlecht. Dann gerät man nicht so schnell außer Kontrolle. So, jetzt nochmal. Versuchen wir es von oben. Mann, ich bin aber auch schlecht. Na, da komme ich noch nicht so klar mit. So, nochmal in die Röhre. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. So, probieren wir nochmal auf so ein Haus hochzuspringen. Ne. Oh, sorry für den Linsenabstand. Okay, hier ist das Endmap wieder. So, noch einmal durch die Häuserschlucht da und dann würde ich sagen, beenden wir hier die Aufnahme. Schauen wir jetzt nochmal ein paar coole Tricks. Also, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hängen bleibe. Okay, Leute, ich würde sagen, mit dem Flug hier beenden wir die Aufnahme und sehen uns jetzt gleich im Fazit wieder. Ja, Leute, kommen wir zum kleinen Fazit. Und ich habe jetzt ungefähr ein bisschen länger als zwei Stunden in dem Spiel verbracht. Also, mir gefällt es bisher ganz gut. Angefangen von der Steuerung, die relativ gut von der Hand geht. Also, da hat man relativ schnell raus, wie man sich bewegt, wie man springen kann und so weiter. Also, es geht echt gut von der Hand. Ich finde es auch gut, dass man am Anfang ein langsames Board hat, um die Steuerung ein bisschen zu beherrschen. Und dass man sich nachher erst ein schnelleres anderes freischalten kann. Und da gibt es ja insgesamt drei. Das dritte habe ich selber noch nicht freigeschaltet. Aber das gefällt mir ganz gut. So werden die Leute gut eingeführt ins Game. Grafisch ist das auch echt gut. Also, ich habe auf höchste Einstellung natürlich gespielt. Und da sah das echt gut aus. Hat mir gefallen. Reicht für den Zweck hier. Was mir jetzt nicht so gut gefallen hat oder was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist einmal musikalische Untermalung. Und dann eventuell noch irgendwelche Wind-Naturgeräusche. Das wäre echt noch cool gewesen, dass man die noch im Spiel hat. Ansonsten ist das so ein bisschen, ja, kommt einem das so ein bisschen leer vor. Aber das sind so kleine Kritikpunkte. Natürlich, Musik muss man sich als Entwickler kaufen. Also, die Lizenzen. Und das ist natürlich auch nicht billig. Also, ich kann es verstehen, dass das fehlt. Ist das erste Projekt von Tomi Horst. Also, muss man da auch noch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und ich finde, das kann man echt unterstützen hier, das Programm. Oder das Projekt, eher gesagt, nicht Programm. Aber ein Programm ist es ja auch. Ich weiß noch nicht, wie viel es kostet. Ich bin da echt gespannt und werde das natürlich auch in die Beschreibung packen. Damit ihr wisst, was das dann kostet, wenn es denn wirklich jetzt live geht. Ja, was kann ich noch sagen? Ein Coop-Modus wäre echt genial, wenn man da, da müssen jetzt keine 10, 20 Leute auf dem Server sein, aber irgendwie mit vier Freunden, dass man da irgendwie ein bisschen zocken kann. Sich gegenseitig Tricks zeigen kann und so weiter. Das fehlt mir noch so ein bisschen, weil ich weiß nicht, wie es mit der Langzeitmotivation bei dem Game aussieht. Also, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Aber das ist natürlich auch wieder eine Preisfrage. Wenn es jetzt echt günstig ist, ist es vollkommen gerechtfertigt und okay. Wenn es jetzt teuer wird, muss man natürlich abwarten, weil wenn ich ein teures Spiel habe, sage ich mal, alles, was über 20 Euro ist, finde ich ein bisschen teuer. Wenn es dann keine Langzeitmotivation bietet und man da nur, ja weiß ich nicht, fünf Stunden spielen kann, muss man sich dann natürlich abwägen. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Also, da müssen wir jetzt noch abwarten. Ansonsten ein tolles Projekt und kann ja auch noch Updates bekommen. Also, ist ja jetzt nicht so, dass man da gar nichts mehr machen kann. Wie gesagt, die kleinen Kritikpunkte habe ich. Halt Musikuntermalung, Naturgeräusche, Windgeräusche und so weiter. Und Chor-Modus wäre genial. Ansonsten, ja, gefällt es mir. Also, mir hat es Spaß gemacht, da so ein bisschen rumzucruisen, ein paar Tricks zu machen auf der Hardpipe. Und, ja, auch wenn die mir nicht immer gelungen sind. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen Gefühl für das Board kriegen und für die Steuerung. Dann geht es mit Sicherheit mit der, ja, mit der Zeit besser. Ja, Leute, das war es dann erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen und ein Abo-Button nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert über Videos, Livestreams und so weiter. Ja, danke schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao.